Der Transfer von Vataru Endo zum FC Liverpool kam wohl für alle Beteiligten wirklich sehr überraschend. Nichtsdestotrotz muss man ihn jetzt halt eben beim VfB ersetzen und genau das ist jetzt auch geschehen. Eigentlich wollte ich heute ein Video mit meinen Top 4 Endo Nachfolgern hochladen, also wer ihn am besten ersetzen könnte so mäßig. Aber jetzt muss ich ein Video zu Angelo Stiller machen, den man von der TSG Hoffenheim verpflichten konnte. Dennoch muss ich sagen, auch Stiller wäre bei meinen 4 Vorschlägen dabei gewesen, neben Tanaka, Freuler per Laie plus vielleicht Kaufoptionen und Masengo der ablösefrei gewesen wäre. Aber jetzt heute soll es sich um Stiller drehen, den ich ja auch damals, ich glaube so circa vor einem Monat ein bisschen mehr in meinem Video drin hatte zu meinen 7 Transfervorschlägen für den VfB Stuttgart. Und jetzt will ich ihn erneut analysieren, aber vor allem mit dem Fokus darauf, inwiefern er ins System passt und Endo vom Spielstil her ersetzen kann. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Zunächst einmal kommt er wohl für einen mittleren bis hohen einstelligen Millionenbetrag. Trainer Hoeneß kennt er bestens und der war wohl auch ein ausschlaggebender Grund dafür, dass er jetzt zum VfB gewechselt ist. Denn Stiller wurde beim FC Bayern ausgebildet und war dann eben bei Bayern 2 in der dritten Liga unter Hoeneß gesetzt, auch in der Saison, als sie dann Meister wurden. Danach hat Hoeneß ihn dann tatsächlich auch zu Hoffenheim geholt, wo er ja vor dem VfB trainiert hat. Allerdings kommt er jetzt nicht nur deshalb, sondern passt auch perfekt in das gesuchte bzw. verlorengegangene Profil. Der VfB spielt egal in welchem System oder in welcher Spielphase eigentlich immer mit einer Doppelsex. Karasor war daneben Endo gesetzt als defensiverer Part, während Endo zum einen so auch Freiheiten nach vorne bekam, um gefährliche Aktionen im letzten Drittel zu inszenieren. Andererseits aber auch im Spielaufbau extrem gefragt war, da Karasor zwar ein Zerstörer gegen den Ball ist, aber mit dem Ball nicht gerade der Begabteste ist. Genau das bringt Stiller aber auch mit. Er kann problemlos Achter wie Sechser spielen und so passt er eigentlich perfekt in diese Hybridrolle. Ein solides Aufbauspiel bringt er mit, natürlich nicht auf dem Niveau von Endo, dennoch muss man vor allem sein Kreativspiel erwähnen, dass er vor allem bei der U21 EM diesen Sommer gezeigt hat, wo er viele Chancen kreieren und auch als Führungsspieler mit zwei Torbeteiligungen vorangehen konnte, auch wenn er da der einzige gute deutsche Spieler bei dem Turnier war. Da hat er aber eben einen offensiven Achter gespielt, was auch seine Flexibilität aufzeigt. Mit seiner Physis und guten Defensivstatistiken steht er gegen den Ball Endo eigentlich in nichts nach und so sehe ich einen guten Ersatz in ihm, der zusätzlich noch einiges an Potenzial mitbringt mit gerade einmal 22 Jahren. Das einzige Problem könnte so ein bisschen das Aufbauspiel werden, wenn man jetzt eine Doppelsex aus Stiller und Karasor spielt, aber da kann man glaube ich auch mal gut variieren mit einem Enzo Milot, der entweder gegen schwächere Gegner neben Karasor oder auch mal neben Stiller auf der Doppelsex spielen kann oder ihn als Zehner bzw. Halbraumspieler offensiv ranlässt. Der sich dann halt fallen lässt, weil er auch mal mit seinen balltragenden Läufen ein progressives Element in das Spiel bringt, das weder Karasor noch Stiller 100%ig in ihrem Spiel haben und wenn dann nur über progressive Pässe und nicht mit Läufen. Aber das Stammpaar sollten Karasor und Stiller sein, der mit den Einnahmen vom Endo und Mafropanos Verkauf finanziert wurde und zudem ja auch Linksfuß ist und dann die linke Seite wie Endo bespielen kann, während Karasor auf seiner präferierten rechten Seite ran kann. Alles in allem hat man so den Qualitätsverlust von Endo im Rahmen der Ablöse so klein wie möglich gehalten und einen weiteren vielversprechenden Spieler dazugeholt, der sich nun mit dem Verein mitentwickeln kann, gerade wenn man, was ich ihnen diese Saison dank Hönes zutraue, nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Das soweit meine Transferanalyse zu Angelo Stiller und inwiefern er zum VfB passt. Lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung da, stimmt ihr mir zu oder nicht oder habt ihr sonst noch was, was ihr dazu loswerden möchtet, schreibt es gerne unten rein. Ansonsten würde ich mich liebend gerne über ein Like oder Abo freuen, falls es euch gefallen hat und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.